Der schönste Tag für mich ever. Nach meiner Hochzeit. Das ist super, ey! Aufbeginn, geil! So was kann man also auch mit dem Auto machen, das wusste ich noch gar nicht. Fehlen fast die Worte, ey. Boah, geil. Das bekommt man nicht jeden Tag, die Chance, so ein Auto zu sehen, in so einem Auto zu sitzen und zu fahren. Und auch für mich ist es was Cooles. Historie pur und dabei zu sein, ist schon eine coole Geschichte. Musik Als ganz normaler Amateur einfach mal so halb Profi zu spielen. Also, geil! Musik Ich habe gelernt, wie sehr man die Bremsen beanspruchen kann. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm von FUF, FUF, FUF. Musik Musik Ich musste mal miterlebt haben, weil während ich dabei war... Musik Ich war nicht dabei! Musik 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 Musik